Die Geigenflöhe sind unsere jüngsten Streicherschüler in der Landesmusikschule Neuhofen an der Krems. Das Stück des heutigen Abends ist einem Bilderbuch entnommen von Jutta Bauer mit dem Titel Selma. Hier geht es um ein Schaf, das nach dem Glück gefragt wird. Und das Schaf gibt einfach sehr simple und banale Antworten wie Ich möchte fressen, ich möchte Sport treiben, ich möchte mit Frau Meier sprechen und ich möchte schlafen. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man das Glück nicht unbedingt immer im materiellen Bereich suchen soll. Und unsere Jüngsten haben das mit großer Freude gespielt. Als ich mit der Frage nicht mehr weiterkam, suchte ich den großen Witterbuch. Was ist Glück? Dazu erzähle ich dir die Geschichte von Selma, dem Schaf. Es war einmal ein Schaf. Das Brass jeden Morgen bei Sonnenaufgang etwas Gras. Das Brass jeden Morgen bei Sonnenaufgang etwas Gras. Das Brass jeden Morgen bei Sonnenaufgang etwas Gras. Lehrte bis mittags die Kinder sprechen. Macht den Nachmittags etwas Sport. Frasen, dann wieder Gras. Frasen, dann wieder Gras. Frasen, dann wieder Gras. Frasen, am liebsten bei Sonnenaufgaben. Frasen, dann wieder Gras. Frasen, dann wieder Gras. Frasen, dann wieder Grasen. Dann würde ich in einem tiefen, festen Schlaf feiern. Frasen, dann wieder Grasen. 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 Frasen, dann wieder Grasen.